Hallo, wir vom Naturschutzzentrum Erzgebirge veranstalten schon seit Jahren Sommercamps. Dieses Jahr unter dem Motto Magic Nature. Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche, ja mal ehrlich, die in den Ferien ganz oft zu Hause vor dem Computer rumhocken, aus dem Haus raus, vom Computer wegzubekommen und mit uns eine Woche am Naturschutzzentrum, in einem Camp eine wunderschöne, abenteuerliche Zeit erleben. Was wir da machen? Na ganz klar, was könnte abenteuerlicher sein, als mitten im Wald zu schlafen, Lagerfeuer zu machen und die Zeit draußen so richtig zu genießen. Aber um das diesjährige Jahresthema so richtig zur Geltung zu bringen, beschäftigen wir uns zum Beispiel mit dem Thema Warnen. Hier zum Beispiel der giftige Feilgiftfrosch, der seine Fressfeinde davor warnt. Achtung, wenn du mich frisst, dann stirbst du. Dann gibt es kleine Tiere wie die Schwebfliege, die das zum Beispiel nur vortäuscht. Diese Warnung, hallo, ich bin giftig, stimmt gar nicht. Die ist total ungiftig und ungefährlich, wie wir alle wissen, und ahmt nur ihre große Schwester, die Wespe, nach. Oder der Grasfrosch, der so gut getarnt ist im Gras, dass er kaum zu sehen ist. Alles ein guter Schutz gegen Feinde. Aber manchmal wird auch das zum Verhängnis. Was wir sonst noch so machen? Na klar. Basteln, schwimmen gehen, Fußball spielen oder einfach nur relaxen. Wenn du Lust auf das alles hast und ein wunderbares Camp mit vielen, vielen gleichgesinnten Kindern, netten Betreuern und einem Lagerfeuer, dann komm ins Naturschutzzentrum zu unserem Camp Magic Nature.